Dieser Podcast wird präsentiert von DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch mit Clio und Hendrik. Und hier ist Bei Gin und Kerzenschein. Und damit herzlich willkommen zur 14. Episode von Bei Gin und Kerzenschein. Ich wollte nur sagen, heute geht es quick um John Wick. Eine kurze Zusammenfassung der Filme und wir schlossen an. Klingt nicht so geil. Weil die zu voll sind, die Gläser. Siehst du, hast du nicht voll bekommen, schon klingt es wie... Also ihr seht, letzte Woche klang es besser. Denkt mal drüber nach. Dafür ist es umso leckerer. Dafür schmeckt es besser. Wollte ich gerade sagen, ja, heute mit Rohkuh-Gin. Ganz was Edles. Ja, hat mir einen Freund zum Geburtstag geschenkt. Ja. Liebe Grüße an Andi an dieser Stelle. Wir waren diese Woche im Kino und haben John Wick, beziehungsweise John Wick, Chapter 4 gesehen. Ja. Ähm, Kapitel 4. Und wir reden halt erstmal über die Filmralle im Allgemeinen, beziehungsweise die ersten drei Filme kurz als Abriss. Wie Actionfilme so sind, kann man ja auch relativ schnell die Plotze erzählen. Und dann etwas ausführlicher über den vierten. Vor allem wird relativ wenig gesprochen. Das können wir ja vor allem, vor allem rekordverdächtig im vierten, das werde ich dann nochmal erzählen. Ja. Es ist schon, es machte sogar, es ging auch viral als Meldung jetzt auf Instagram, Twitter und so vor zwei Wochen oder sowas, als der Film anlief. Der lab begannst du dir talking. Wie legendär wenig, genau, wie legendär wenig Keanu Reeves in John Wick 4 spricht, bei längster Laufzeit der ganzen Filmreihe. Ja, gut, man braucht das Sitzfleisch, ne? Ja, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir über den vierten reden. Jetzt reden wir erstmal über die ersten Filme, die ersten Filmreihe an sich. Also ich persönlich kann man ja kurz nochmal zusagen, Actionfilm-Konnoisseur. Ja, das kann ich jetzt nicht überhaupt behaupten. Ich gucke auch trashige Action, wenn es Spaß macht, aber mag vor allen Dingen natürlich hochwertige Action. Also James Bond würde ich bedingt nur dazu zählen als Reihe, aber legendär zu meinen Lieblingsreihen gehören einfach die John Wick-Reihe. Mission Impossible, natürlich. Jason Bourne. Die sind einfach fantastisch gut und ja, natürlich auch Stirb Langsam ist halt, da sind die ersten drei Filme gut und dann wurde es, irgendwann, wie viele gibt es denn da? Absurd, ich glaube es gab fünf. Fünf? Und ja, ich habe mit Ach und Krach mal den ersten, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten gesehen. Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, stimmt. Und wir haben letztes Jahr versucht den zweiten anzufangen und dann bist du nach zehn Minuten eingeschlafen und dann aufgehört oder so. Spricht das für den Film? Hm, oder halt selbst. Ja, wenn man halt damit aufgewachsen ist, so als weihnachtliche Nostalgie, dann ist halt auch was anderes wieder. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wie bahnbrechend die Stirb Langsam-Filme fürs Actionkino allgemein, gerade für den modernen Actionfilm und sie haben Bruce Willis zu dieser Marke eigentlich erst zu dem gemacht, was er war. Ja, oder ist, oder früher stand, jahrzehntelang, weil er ja vorher... Ist das bei Tom Cruise nicht dasselbe? Und bei Matt Damon? Ja, Matt Damon auf jeden Fall, weil Matt Damon war vorher immer nur der Softie. Also Matt Damon, Jason Bourne, ne? Und Tom Cruise, Ethan Hunt, Mission Impossible. Der hatte aber vorher schon Top Gun und so, der hatte vorher auf jeden Fall schon Actionfilme gedreht. Und Ice Wild Shot war, glaube ich, auch davor, ne? Ne, 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 das war später. Ja? Ja, Ice Wild Shot war später. Keine Ahnung, okay. Ice Wild Shot war auf jeden Fall später, kann ich auch begründen, weil im ersten Mission Impossible hatte er noch seinen früheren Stammsprecher Stefan Schwarz. Ah, ist schön. Dann hat der sich, ich glaube, es war in der NDR Talkshow oder irgendwo oder drei nach neun oder wie auch immer die ganzen dritten Programm Talkshows am Freitagabend heißen, hatte er sich, glaube ich, irgendwie kritisch damals, weil er auch als Schauspieler sehr bekannt ist. Stefan Schwarz war zu Gast und kam natürlich auch auf seine Synchronarbeit zu sprechen. Ich glaube, er hatte sich kritisch geäußert ein bisschen, weil da kam Garne nämlich raus, das war 1994, 95 den Dreh rum, nach dem ersten Mission Impossible Film, dass Tom Cruise bei Scientology Mitglied ist und zwar sehr hochrangiges Mitglied. Da kann man sich ja auch mal kritisch zu äußern. Ja, und das wurde tatsächlich wohl irgendwie über den irgendeinen deutschen Verleih oder irgendwie wurde das in irgendeinen amerikanischen Supervisor herangetragen. Der heilige Tom war not amused. Ja, das dann an Tom Cruise herangetragen wurde, wohl angeblich. Und im Trailer von Mission Impossible 2 hört man noch Stefan Schwarz und danach nicht mehr. Und dann war es nämlich so, dass für Eiswald Schad hat dann noch Stanley Kubrick persönlich die neue deutsche Stimme gecastet für Tom Cruise. Es war dann zwischendurch in einem anderen Film auch noch jemand anders in Jerry Maguire. Aber dort hat sich dann der neue Stabsprecher festgelegt, sozusagen. Und dazu gehört auf jeden Fall John Wick-Reihe seit einigen Jahren zu meinen Favorites. Ich habe die ersten Filme auf jeden Fall alle schon, also die ersten bestimmt fünfmal gesehen. Die ersten bestimmt schon viermal. Die ersten schon fünfmal? Bestimmt schon. Okay. Immer mal wieder. Es ist deine Freizeit, ne? Ich sag da jetzt noch nichts. Ja, und? Ich will Filme sehen. So. Ja, auf jeden Fall habe ich die schon oft gesehen. Okay. Den zweiten auch paar, also alle Filme auf jeden Fall mehrmals. Weil für mich ist es einfach, ich kaufe Keanu Reeves das einfach ab. Ich weiß, dass der selber Martial-Arts-Fähigkeiten besitzt und auch wie sie die Stunts, wie sie das choreografieren. Ich kaufe das dem so einfach ab und finde die Stunts auch unglaublich gut. Die Kämpfe sind so gut choreografiert. Und deswegen, ja, für mich ist das auf jeden Fall High Class. Also, ja. Sieht so aus, als würde es wehtun. Und es gibt viele, die es gerne nachmachen, irgendwie Chris Hemsworth als Tyler Rake Extraction auf Netflix, wo wir demnächst den zweiten Teil synchronieren. Ne, wir haben ja sogar schon, ich hab den schon fertig synchronisiert, wir nehmen jetzt nur Finals auf. Und da siehst du einfach, ja, da wollen sie gerne wie John Wick sein. Sie lassen Chris Hemsworth durch irgendwelche im ersten Teil indischen Vorstädte, im zweiten Teil Ostblock, Russland, ich weiß es nicht, Vorstädte, sich durch die Gegend ballern. Aber ich kaufe denen das einfach nicht so ab. Der ist zwar auch ein Muskelpaket und alles, aber es wirkt nicht so geil wie bei John Wick. Es ist einfach nochmal anders. Jedenfalls, John Wick, Filmreihe, fangen wir mal kurz an. Den ersten, da hast du ja auch noch eine ganz gute Erinnerung. Man kann mal einmal überschlagen, wie es ist. Es dreht sich um einen Auftragskiller. Genau. Willst du ein bisschen mal den ersten versuchen zu sammenzufassen? Ja, also ich bin jetzt, kann man wirklich nicht sagen, dass ich Action-Connoisseur bin, aber ich fand... Ist ja auch egal, man kann es ja trotzdem unterhaltsam finden. Genau. Ich fand den, hab das trotzdem jetzt ganz gerne geguckt, jetzt tatsächlich auch die ganze Reihe. Den ersten habe ich gesehen vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Ist ja gar nicht so lange her. Nö, ist nicht so lange her. Einfach mal aus Langeweile gedacht, ich will mal wissen, was es mit dem Hype auf sich hat. Und dann habe ich das mal geguckt. Genau, also John Wick ist ein Auftragskiller in Rente, kann man sagen. Und hat oder ist am Trauern, weil die große Liebe seines Lebens Helen an einer nicht näher definierten Krankheit anscheinend verstarb vor kurzem. Und wir steigen ein damit, dass er in seinem schicken Haus am Trauern ist und ein Paket bekommt. Ich weiß nicht, steigt man damit ein? Ich glaube schon. Ja, nee, es geht damit los, es geht so mit so einem Vorklapp los. Du siehst, wie er sich aus dem Auto quält, er fällt aus dem Auto, ist so halb am Verrecken, guckt sich auf dem Handy eine Szene mit seiner Frau an anscheinend. Ist es da? Und ist ja, und ist am Verrecken und dann kommt 24 Stunden eher oder 48 Stunden eher, so diese typische Einblendung. Und dann wird eigentlich erst erzählt, wie es zu dieser Szene kommt. Okay, okay. Nee, das wusste ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Auf jeden Fall auf der, genau, dann ist es nicht die Jetzt-Ebene, dann ist es eben 24 Stunden eher. Also auf der langen, erzählten Ebene bekommt er eben von einer Spedition ein Paket geliefert. Und das Paket hat einen lebendigen Inhalt, nämlich eine süße, kleine Beagle-Welpen-Dame. Dame? Dame? Daisy. Daisy. Es steht Daisy auch auf dem Schild. Ich habe es gar nicht gesehen, ich dachte, die hat gar keinen Namen. Na, ich habe auch gerade nochmal kurz ins John-Wick-Fandom-Wiki reingelesen. Okay, interessant, weil ich glaube, im Film fällt das nicht. Doch, 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 genau. Also auf jeden Fall ist das der Beginn und was als nächstes passiert, ist, dass er, glaube ich, zufällig an der Chanke so Möchtegern-Gangster oder auch durchaus richtige Gangster, dass er auf die trifft. Aber das Paket, warte doch erstmal, das Paket von seiner verstorbenen Frau ist, die ihm das als Geschenk hinterlässt, hast du, glaube ich, gar nicht erwähnt. Genau, weil seine Frau, die an, ich glaube, Krebs gestorben ist oder irgendeiner todbringenden Krankheit, die hat ihm das vermacht, weil sie ihm eigentlich Liebe bringen wollte und dass sie ihm nochmal ein nettes... Dass er Hilfe beim Trauern hat, genau, er hinterlässt sie. Was zum Liebhaben, ne? Hat ihm einen Brief, glaube ich, oder eine kleine Postkarte oder sowas hinterlassen, wo eben draufsteht, dass er sich, ja, dass er wieder lieben soll oder dass er sich ablenken soll und genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre quasi der Anfang so, ne? Dass, ähm, die Hündin Daisy von, ähm, von seiner verstorbenen Frau ihm vermacht wurde. Genau. Dann kommt es irgendwie, ich spur das jetzt so ein bisschen runter, weil ich denke, die meisten, die diese Folge hören, die kennen das auch. Die wissen es wahrscheinlich besser als ich, die das jetzt schlecht wiedererzählt. Du hast aber auch mal gesagt, wir sollen nicht davon ausgehen, dass Hörer alles verstehen und alles wissen. Ja, gut, aber wer sich jetzt eine Folge über die ganze John-Wick-Reihe anhört. Ich habe ganz, wie gesagt, ich habe, ich kann es mal kurz erwähnen, ich habe ja einen Akt-X-Podcast, ihr könnt gerne mal reinhören. Uns haben Hörerinnen und Hörer geschrieben, die Anfang 20 sind, die jetzt auf Disney Plus inzwischen gucken, aber die am Anfang und vor zwei Jahren oder so, als es noch nicht auf Disney Plus war, geschrieben haben, sie haben noch nie eine Folge Akt-X gesehen, hören trotzdem unseren Podcast gerne. Ja, okay. Es ist scheißegal, die Leute hören einen gerne labern und dann sollte man die natürlich trotzdem mit einbinden. Dann ist es ein berechtigter Einwand, okay. Ja, also er trifft dann, aber ich kann es wirklich nur sehr oberflächlich überschlagen, weil dann doch in diesem Jahr mehr passiert ist, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, so genau. Also er trifft an der Tanke auf ein paar Gangster. Was ich aber noch weiß, ist, dass der Gangster, mit dem er sich da, der sich hauptsächlich mit ihm anlegt, so muss man es sagen, so rum wird ein Schuh draus, ist, wird gespielt von Alfie Allen, der Bruder von der Sängerin Lily Allen und ist der Sohn in der Filmreihe von einem wichtigeren Gangster. Genau, gespielt von auch... Von Alfie Allen, habe ich doch gerade gesagt. Nein, gespielt von seinem Vater Michael Nyquist, der aus der ursprünglichen Verblendung-Reihe die Hauptrolle gespielt hat. Tarasso heißen die beiden. Vigo Tarasso ist der Vater und Josef Tarasso ist jetzt der Sohn. Tarasso, genau. Und irgendwie fühlt der sich eben von John Wick und seinem tollen Auto, es muss ja ein ganz, ganz tolles Auto anscheinend sein, was John Wick fährt und besitzt. Ford Mustang steht hier. Ja, aber irgendwie fahren die da, also das Auto scheint doch schon ein Ding zu sein. Ja, Ford Mustang wahrscheinlich, das ist eine Serie, das sieht aus den 70ern so oder irgendwie, ne? Das ist schon eine bestimmte Baureihe. Ja, also ich glaube, dass er sich irgendwie von dem Auto nämlich provoziert fühlt, 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 genau. Und auf jeden Fall geraten die dann in Streit und später am Tag, als John Wick, keine Ahnung, sich ein Gläschen Rotwein oder so mit seiner Biegeldame genehmigt, wird er dann urplötzlich überfallen und zwar, wie sich dann später herausstellt, von diesem jungen Gangstersohn und seiner russischen Mafia, seinem Gefolge, seiner Entourage sozusagen, die überfallen ihn und wagen es, nicht nur sein Haus umzuwerfen, umzustellen, zu zerstören, sondern halt auch den Hund zu töten. Es wird gar nicht so, es ist erst im zweiten Teil, dass sein Haus richtig zerstört wird. Ja. Hier wird es nur so ein bisschen, der Inhalt zerdeppert. Demoliert. So wie es halt ist, wenn ein paar schwer bewaffnete Russen-Mafia-Gangster in die Wohnung einbrechen. Man kennt es, genau. Wem das noch nie passiert ist, der werfe den ersten Schaden. Vor allem ja eben, der Hund wird getötet und wiedergeschlagen ist dann so und er sieht das so und in dem Moment wird John Wick ohnmächtig. Das ist ja auch mit langen Schlabohren. Und dann wacht John Wick wieder auf, kommt zu sich und man sieht den Hund da und man denkt erst, vielleicht hat er es nur über die Feste bewusstlos und dann merkt man so, nee, der ist tot. Und dann beerdigt er den Hund. Ja. Und er stellt halt eben auch fest, dass sein schickes Auto geklaut ist. Ja, auch so ein Punkt. Auf die Sie es ja abgesehen hatten. Genau, das Auto ist weg, der Hund ist tot. Also alles gute Gründe für Rache gelöste und damit sind wir schon in der Handlung. Es wird sich nämlich jetzt gerecht. Ja. Man muss dazu sagen, ja. Er tötet sich jetzt erstmal den Weg durch zu dem Vater von demjenigen, der es verbrochen hat. Man kann es noch ein bisschen, also es ist halt so, dass John Wick hat eine Vergangenheit mit dem. Erstmal war er anscheinend, das weiß man ja ursprünglich noch gar nicht, anscheinend war er Auftragskiller für die Russenmafia. Auch für diese Organisation, genau. Er hatte diesen Spitznamen Babaai. Babajaga. Naja, das ist diese Sache. Das ist so ein Ding, das wurde in Filmen immer falsch gemacht und in der Synchro wurde ist wiederum korrigiert. Weil der eine Begriff, Babaai, ist wiederum... Babajaga ist, glaube ich, so eine Hexe oder so. Nee, es ist genau umgekehrt. Babaai ist nämlich, glaube ich, die... Also ich glaube, sie haben es auf jeden Fall im Original, haben sie es falsch gemacht. Und die Synchro hat es korrigiert auf Deutsch. Weil sie haben nämlich im Englischen, da haben sie wahrscheinlich recherchiert, da haben sie das Wort für so ein altes mystisches Hexenwesen, diese alte Hexe genommen. Naja, Babajaga, da gibt es sogar einen Schnaps, den kriegt man an jeder Aldi-Kasse. Genau, und auf Deutsch haben sie es wiederum in der richtigen, da haben sie es nämlich in der Schwarze Mann übersetzt, weil sie hier genug Russen in Berlin hatten für die Synchro, auch zur Sprachberatung. Und ja, und der, nämlich dieser Mafia-Boss, gespielt von Michael Nyquist, von der Russenmafia in New York, der erzählt dann nämlich auch seinem Sohn, wie konntest du denn John weg, der sein Auto klaut und seinen Hund übrigens, bist du beschorten? Also was, wieso, was ist, wer soll denn das sein? Sondern nach dem Motto, das ganze Imperium, das wir hier haben, all unser Reichtum, beruht eigentlich nur auf dem, was John Wick für uns damals getan hat. Und all unser Reichtum nur, weil John Wick bestimmte Sachen für uns erledigt hat. Und er ist ausgestiegen, weil er mit seiner Frau ein friedliches Leben führen wollte, hat seine Auftragskillerarbeit beerdigt, die gestorben ist, und dann klaust du ihm das und bringst deinen Hund um und alles. Und anscheinend wurde ihm von diesem Vigar Tarasso eine sogenannte unmögliche Aufgabe gestellt, damit er aussteigen durfte und mit dieser Frau fünf Jahre, bevor sie dann gestorben ist, dieses ruhige Leben zu führen. Und diese unmögliche Aufgabe hat John Wick aber gemeistert, die natürlich deswegen unmögliche Aufgabe hieß, weil jeder dachte, das ist nichts zu schaffen. Es war nämlich die Aufgabe, dass jeder der lebendigen Feinde von diesem russischen Gangster-Mafia-Boss, Viggo Tarasso, dass alle seine Feinde beseitigt werden, was natürlich einige sind in solchen Kontexten. Und John Wick hat es wohl geschafft, auch noch in einer Nacht, war glaube ich noch ein Zusatz, man muss das dann innerhalb von 24 Stunden alle Feinde beseitigen. Genau, das ist ihm damals gelungen und das wäre die Vorgeschichte. Und jetzt wusste sein Sohn anscheinend davon gar nichts und ist halt in das größtmögliche Fettnäpfchen getreten, in das man da wohl treten kann in dieser Situation. Genau, ja, und dann ja, Clio hat es gut zusammengefasst. Es dreht sich eigentlich dann überschlagen erstmal grob nur darum, dass John Wick ballert sich durch die New Yorker Unterwelt erstmal, also die Russen-Mafia-Unterwelt, um Rache zu üben, Rache zu bekommen. Hat dabei unter anderem auch Verbündete, wer spielt da unter anderem mit? John Ligusiamo war so sein, der seine Autokarre immer gemacht hat. Ich sehe hier gerade, dass Willem Dafoe im ersten Teil mitgespielt hat, habe ich wieder vollkommen vergessen. War nämlich, das wollte ich gerade sagen, das war ein anderer Auftragskiller, so seine Art Mentor für ihn. Ja, ganz dunkel erinnere ich mich. Genau, und was auf jeden Fall wichtig ist, das muss man dazu sagen, es gibt dort, das wird nämlich dann ab dem zweiten Film, es war ja am Anfang am ersten noch gar nicht klar, dass das ein riesiges Franchise wird. Ja, und Lawrence Fishburne ist da auch noch nicht dabei. Nee, nee, der ist erst im zweiten dabei. Ah, krass, okay. Den haben sie erst im zweiten eingebaut. Und es war ja gar nicht klar, dass das ein Franchise wird, das war ja eigentlich ein Standalone-Film mal so geplant, oder zumindest haben sie erstmal so für sich erzählt, funktioniert auch ganz gut, es ist recht simpel. Eine Sache haben sie doch, und diese mystische, diese Welt, die bauen sie sehr geschickt immer massiver im Teil zwei und drei aus. Äh, es gibt dort so ein Ding, da muss man jetzt sagen, Suspense of Disbelief, äh, und zwar ein Hotel, The Continental. Das Continental gibt es in New York und in diversen Weltstädten anscheinend, wie wir im Teil zwei lernen, in Rom, in Berlin, in, äh, sehen wir jetzt in Osaka, wo auch immer anscheinend gibt es diese Hotelkette Continental. Im New Yorker-Sitz ist es in einem Gebäude, was, glaube ich, alle, die schon mal irgendwelche Filme, die in New York gespielt haben, gesehen haben. Es ist ein, äh, ich glaube, es ist das schmalste Gebäude in Manhattan und es steht an einer Straßenecke, also es ist, es wird immer, ähm, wenn es frontal gefilmt wird, läuft es spitz eben, ähm, zu. Ich weiß nicht, ob ich das so gut beschreiben kann. Das ist, das hat, ich komm grad nicht drauf, das werd ich recherchieren und dann hier als das, als Ding einbauen. Ja, es ist bekannt als das schmalste Gebäude in Manhattan. Es hat auf jeden Fall einen bestimmten Namen, das werd ich nachgucken und hier an der Stelle einspielen. Ja, und dort sitzt, äh, nämlich, äh, kein geringerer als Ian McShane, ähm, den Fans von der Western-Serie Deadwood, wie meine Wenigkeit, aus einer ganz großartigen Arschloch-Rolle, als ein Betreiber des hiesigen Baudells in der Westernstadt Deadwood, äh, äh, kennen. Ähm, und der spielt hier diesen Hotelmanager Winston, des New Yorker Continentals, und da scheint so, es gibt, es ist vielerum interessant, das Continental scheint etwas zu sein, eine Einrichtung, wo sich Auftragskiller, das ist wie ein Safe Place für die, ein Safe House, da können sie sich erholen, genau, da können sie chillen, kriegen bestimmte Services, zum Beispiel, dann wird im Teil 2, glaube ich, auch irgendwie etabliert, ja, dann kannst du dir eine neue Ausstattung, dann ist der und der da, und dann kriegst du neue Waffen und, äh, schicken Anzug, in dem Kevlar eingearbeitet ist und solche Sachen, also es ist wie eine Parallelwelt, so ein bisschen das Continental. Ja, und man kriegt da, man kriegt da die Waffen präsentiert, wie bei einem schicken Herrenausstatter die Anzüge. Oder wie bei einem Sommelier, weil, genau. Oder wie bei einem Sommelier die Weine, genau. Genau, mit dem Anzügen ist das Ding, dass die halt wirklich gepanzert, also mit Kevlar sind und dann fragt er nämlich, ist der Sommelier da? Ja, natürlich ist der da und der Sommelier ist der, der dann die schweren Waffen auspackt und ihm dann die Waffen anbietet. Das ist absurd, ja. Und solche Sachen, das ist halt sehr absurd, aber das wird erst im zweiten Teil so massiv ausgebaut. Im ersten wird nur angedeutet, das ist eine Art Safe Place für die Auftragskiller. Ja, später, aber gibt es da diese Münzen schon? Also man kann anscheinend in dieser Welt allen möglichen Leuten Münzen als Erkennungszeichen quasi zuschieben und dann wissen alle möglichen auch völlig ganz normale Leute, Taxifahrer, Obdachlose, irgendwelche Leute in kleinen Geschäften wie Kiosken, sobald man diese Münze denen zuschiebt, eröffnen sich Hintertüren und alle wissen Bescheid, dass man eben von dieser Riege an Auftragskillern kommt. Wie von den Freimaurern, irgendwelche Erkennungszeichen, diese, und ja, es sind Münzen und dann gibt es auch Schuldmünzen haben sie halt, da ist Blut drin, aber das wird, glaube ich, erst im zweiten Teil so massiv aufgebaut. Es kann sein, dass es im ersten schon die Münzen gab, wo er die bezahlt hat damit, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, sie dürfen sich dort eben, das ist die Regel, nicht gegenseitig umbringen. Ja. So. Wenn auf einem anderen Auftragskiller ein Kopfgeld ausgesetzt ist, was oft passiert, immerhalb dieser Riege der Auftragskiller, dann darfst du dem anderen, wenn du hinter ihm her bist, nichts tun. Ja. Das ist so dieses besondere Ding, das kann man so mal kurz erzählen, wird hier an dieser Stelle noch nicht so massiv ausgebaut, sondern spielt halt eine kleine Rolle in dieser fiktiven Welt. Mhm. Und ja, ist wirklich, man muss sagen, ein irrer Actionfilm. Ja, wichtig sind natürlich die Schauwerte, ne? Und deswegen ist das Wie eigentlich auch entscheidend. Und was markant ist, Regie bei John Wick und Produktion ist Chad Stahelski. Chad Stahelski ist kein geringerer, den kennt Keanu Reeves ziemlich gut, nämlich, ich hatte es dir auch erzählt. Ja, sein früherer Stuntman, auch von Matrix. Genau. Aus der Matrix-Filmreihe war er sein Stunt-Double und weil die ähnliche Körperbau und Physis haben und so. Und das merkst du hier an jeder Stelle, dass ja ein wirklicher Stunt-Profi diesen Film inszeniert und der weiß, wie man Kampfszenen, Schusswechsel und sowas, wie man das inszeniert. Mhm. Ähm, ja, weiß man, das sieht man einfach so. Ja. Deswegen finde ich sehr beeindruckend gemacht. Es wird auch im zweiten Teil noch mehr, im ersten aber auch schon wenig, wird ein bisschen Gun-Fu. Gun-Fu ist ein Begriff, der stammt aus dem Hongkong-Actionkino, von John Woo geprägt, dem alten Meister des Hongkonger Actionkinos, der den zweiten Mission Impossible-Film übrigens inszeniert hat, den schlechten Mission Impossible-Film, über den man ja eher versucht, den Mantel des Schweigens zu hüllen, ähm, weil das war so eins seiner Stilmittel, dass das wie so eine Art Oper von, die Patronenkugeln fliegen teilweise in Zeitlupe und es ist wie ein kunstvoll inszeniertes Ding, wie die Leute da die Schusswechsel gegenseitig machen. Das war in seinen Filmen immer so. In Face-Off mit John Travolta und Nicolas Cage auch sehr. Face-Off, einer der größten Erfolge von Nicolas Cage. Wie wir ja wissen, Pedro Pascal im Massive Tenet war ein großer Fan von Face-Off mit dieser Statue. Ja. Jedenfalls so. Und das ist so ein Ding, da kommt dieses Gun-Fu her, dass du quasi, das ist so eine Mischung eben aus Guns, Wafu und Kung-Fu. Wollte ich nur kurz sagen, manche Hörer wissen es vielleicht nicht. Und ich wusste es auch nicht. Das ist das, was hier ein Stilmittel ist und in der Reihe immer stilprägender wird, im ersten ein wenig und dann steigert sich das alles immer mehr. Und ja, der zweite Teil, wie gesagt, wir machen es jetzt mal, skippen es alles relativ kurz, erweitert diese Welt massiv mit den Auftragskillern und über dieses Continental und sowas. Da siehst du plötzlich imaginäre irgendwelche Telefonfräulein, so wirkt das wie aus den 50ern, die auf uralten PCs oder Commodores oder sowas mit teilweise mit Telefon, mit Wählscheibe sitzen und dann so ein Kopfgeld oder jemanden erhängen, wenn jemand aus der Gilde ausgestoßen wird, der Auftragskiller oder sowas. Genau, es gibt diese Zentrale mit diesen hübschen jungen Frauen, die dann durchsagen und auf so Tafeln schreiben, wenn sich das Kopfgeld erhöht. Und das ist auch per Hand mit Tafeln und so, wirklich alles wie retrofuturistisch, so richtig oldschool mäßig. Und das scheint es aber auch in jeder Stadt der Welt zu geben irgendwie, wie man jetzt in weiteren Teilen herausfindet. Und ja, also das ist total abgedreht, diese Parallelwelt, die es da gibt, wird immer verrückter. Ja, dann geht es im zweiten Teil eben um eine Schuldmünze, dass da jemand die Schuldmünze, die er von John Wick besaß, einfordert, die Schuld. Und das hat mehr mit der italienischen Mafia zu tun, dann führt es ihn nach Rom, da gibt es eine ganz großartige Szene auch, die quasi in den Ruinen des Kolosseums spielt, nachts ausgeleuchtet. Das ist das, was mir eben an dieser Filmreihe sehr gut gefällt, dass die Drehorte einfach wahnsinnig toll sind und da gewinnen auch die Action-Szenen natürlich nochmal, wenn es einfach an weltbekannten Orten spielt. Das ist jetzt, in Teil 4 wird es nochmal absolut auf die Spitze getrieben, kann man nur schon mal sagen. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es in Teil 4 so viele Orte gibt auch. Ich dachte, die beschränken sich auf ein, zwei Orte. Und dann denkst du, was, wo sind sie jetzt? Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, aber das ist wirklich absurd. Das hat er natürlich auch von, natürlich Vorbilder waren ja immer schon James Bond, Mission Impossible, haben das natürlich vorgemacht, auch Jason Bond. Suche dir internationale Drehorte, installiere die interessant. Ja, oder auch bei der Vinci Code ist es ja immer so, dass du dann den Vatikan statt und Kolosseum oder das Louvre, die Louvre Pyramide, also dass du immer diese sehr bekannten Plätze auch hast, aber da eben ohne, ja mit anderen Action-Szenen, sagen wir mal so. Ja, genau. Ja, und das lebt natürlich davon, dass das oft an Originalschauplätzen gedreht ist. Nicht immer, wie wir im Abspann des Viertens gemerkt haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit Corona zu tun gehabt haben könnte und habe noch eine weitere Vermutung, die kann man dann gleich äußern. Aber das sind so die Schauwerte. Wie gesagt, im zweiten Teil sind sie in New York und Rom. Und im dritten geht es wieder in New York los. Auch in der arabischen Wüste teilweise. Ja, genau. Im dritten geht es nämlich in New York los. Und dann endet es nämlich, genau, dann endet es nämlich dort irgendwo in Marrakesch oder irgendwo dort in Marrakesch oder so. Dass es in New York losgeht, haben sie doch alle gemeint, glaube ich. Ja, genau, kann man so sagen. Und dann geht es da eben weiter in die Wüste und so und es wird auch immer verrückter. Also dort, dann nämlich, also im zweiten Teil wird eingeführt, interessanterweise auch ein alter Matrix-Buddy. Lawrence Fishburne. Genau. Als quasi König der Obdachlosen, die quasi ein ganzes Netzwerk eben haben und die Auftragskiller dann auch mal unterstützen, indem sie ihnen Verstecke bieten, indem sie ihnen Informationen zuspielen. Und Lawrence Fishburne ist eben der Kopf dieses Netzwerks. Ja, der König der Bowery heißt da. Weil die Bowery ist so eine bekannte Straße oder Gegend in New York. Und ja, der König der Bowery, so wird er genannt. Und sie begründen es halt damit, dass die Obdachlosen natürlich sehr unauffällig sind. Die können da in der Straße betteln, aber denen kann natürlich alles auffallen. Sie können immer Informationen weitergeben, weil die beachtet ja kaum jemand. Ja, und sie sehen aber alles. Genau. Und es ist auch wieder, erweitert diese abgedrehte Welt wieder um einen interessanten Punkt. Und trotzdem plötzlich irgendwie gefühlt alle New Yorker, Obdachlosen sind alle vernetzt. Die haben auch übrigens alle dann Handys, wo sie sehen plötzlich, oh, auf John Wick ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Das finde ich einen sehr coolen Teil der Story. Die ganze Lawrence Fishburne-Ebene, das hat mir gut gefallen. Und es ist so witzig, wie sie das auch machen. Plötzlich piepen da, du siehst dann immer, wird Kopffeld ausgeschrieben auf John Wick. Und dann siehst du plötzlich um einen rum auch Passanten, die normal im Café sitzen, eine Frau im Central Park mit einem Baby im Kinderwagen. Piep, piep, piep. Alle haben sie ihr komisches, eroetromäßiges Handy, wo sie sehen, oh, John Wick, da läuft er, da läuft John Wick schnell hinterher, wir können das Kopffeld kriegen. Ja, das ist halt auch, also dafür, dass sie ja dann doch so geheim sein wollen, wissen es dann irgendwie doch irgendwelche random Leute. Du gefühlt, 80 Prozent von New York scheinen mit dieser Gilde zu tun zu haben. Das ist schon sehr abgedreht. Genau, genau. Aber das gehört eben dazu, suspense of disbelief. Du musst diese Welt einfach jetzt mal so kaufen, wie sie ist. Und dann ist es halt sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Man muss sich darauf einlassen. Das ist nicht realistisch in dem Sinne. Man darf nicht zu sehr mit Logik um die Ecke kommen. Das ist kein authentischer Spionage-Polit-Thriller, der das auf einer realistischen Ebene erzählt. Die Kämpfe sind zwar eben realistisch umgesetzt und krass inszeniert, aber es ist höchstradig abgedreht. Es ist halt eine eigene Welt, es guckt ja auch keiner Harry Potter mit und kommt dann mit der Logik, dass ja Besen gar nicht fliegen können. Ja, genau. Ja, genau. Also man muss es kaufen, das stimmt. Genau, und im dritten Teil, ja, da wird er halt dann wirklich immer mehr ausgestoßen dann und versucht sich eigentlich auch den Weg zurückzuerobern. Ja, und dieses ganze Konstrukt mit dem sogenannten High Table, also dem hohen Gericht von dieser Auftragskiller-Gilde, die sagen dann nämlich auch zu diesem Winston, hey, du hast John Wick im letzten Teil hier geholfen zur Flucht und bla 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 und du hast ihm Informationen gegeben, hier, sie werden ausgestoßen oder das Continental wird, was weiß ich was. So geht es dann die ganze Zeit darum, dass sie auch John Wick ausstoßen wollen und hinter ihm her sind. Ja, eigenen Gesetze und auch ein eigenes Strafmaß, was dann auch wieder archaisch teilweise funktioniert mit Schnitten, Peitschen, Hieben und... Ja, genau. Und man kann eigentlich sagen, der dritte Teil endet nämlich so, dass man denkt erst, huch, ist John Wick tot? Da wird dann nämlich quasi auf ihn geschossen, aber dann merkst du am Ende, ah nee, ist doch nicht tot, klären sie fünf Minuten später wieder auf. Deswegen ist es auch kein Megaspoiler, finde ich. Das ist auch eine dritte Film einer jahrelangen Reihe, kann man ja mal so sagen. Und das ist die Ausgangslage, wo unser vierter Film jetzt losgeht, Kapitel 4. Ja. Weil man sieht quasi, wird erstmal, wird er da von diesen Obdachlosen wieder hochgeholt von Lawrence Fishburne und dann siehst du, wie er trainiert ist. Es geht los, da haben wir uns alle auch erschrocken, waren mit ein paar Freunden im Kino. Ja, mit diesem Faustschlag. Genau, du siehst dieses typische Kung-Fu-mäßige, dieses Martial Arts, wie er trainiert und seine Faust immer wieder gegen so einen Balken, das schon blutig geboxt ist, schlägt. Ja, aber jetzt, wenn wir bei einem Film sind, der gerade im Kino läuft, müssen wir wirklich wieder aufpassen, was man da angeht. Also ich würde eher auf einer oberflächlicheren Ebene erzählen, so ungefähr. Also was man eben grob sagen kann über die Neuverfilmung, oder Neuverfilmung ist ja Quatsch, über die neueste... Sequel, genau. Über das Sequel. Genau, es war schon ein bisschen Gin. Was man sagen kann, ist, dass die Drehorte sind der Hammer. Also wir haben eine ganz lange Szene in... Osaka. Osaka, genau. Ich wollte jetzt gar nicht chronologisch, ich wollte es jetzt einfach durcheinander sagen, wie es mir einfällt. Aber ja klar, zuerst Osaka auf jeden Fall, oder ziemlich am Anfang. Dieses Kontinentegebäude haben wir natürlich eh wieder, ne? Das ist klar, dass dieses Schmeißengebäude... Diese Reihe sowieso, genau. Genau, also die Orte, die man kennt, tauchen natürlich auf, aber vor allem spielt diesmal ganz viel in Paris. Da sind tolle Orte dabei, da haben wir eine unfassbar heftige Szene am Akte Triumph, wo ich mich auch frage, wie sie das gemacht haben, wie das gedreht wurde, weil da wahnsinnig viele Autos involviert sind. Jeder, der mal in Paris war, oder mal einen Film gesehen hat, der in Paris spielt, weiß, wie irre dieser Verkehr dort um den Akte Triumph ist. Da will sie ja nicht so, auch nicht mal über die Straße gehen. Genau, und dazwischen diese Kämpfe, dann noch ist ein Hund auch wieder involviert und Waffen, aber auch, dann geht auch viel, werden dann Leute um die Ecke gebracht, indem man einfach eine Autotür öffnet, durch Storing. Ja, aber wie das gedreht wurde, das wird schon gehörige Choreografie erfordert haben, auf jeden Fall, weil es sieht alles sehr, sehr echt aus. Das haben wir also, dann haben wir den Eiffelturm involviert, dann Sacré-Cœur, das ist schon groß. Und in Berlin haben wir eben, Berlin, was auch auftaucht, haben wir die Museumsinsel, wo dann plötzlich ein Club drin ist. Auf der Museumsinsel ist, der dort nicht wirklich ist, aber der sieht sehr fancy aus, mit Wasserfall und sonst wie mehrere Ebenen. Ich würde auf jeden Fall gerne mal tanzen gehen, aber es gibt ihn leider so nicht. Also Vorbild war wohl das Berghain. Aber sie haben nämlich, das kanntest du, ich wusste es nicht, ich kannte den nicht, erzähl mal. Genau, also Sven Magwart spielt mit, für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, es ist halt einfach der Türsteher vom Berghain. Ganz zutätowiert, jede Menge, Metall im Gesicht, eindrucksvoller Typ. Und genau, er spielt da, er spielt da Klaus, das sagt er ja die ganze Zeit, das ist sein Catchphrase. Er erwähnt sehr oft, dass er Klaus heißt. Genau, also er bringt einfach nur in Berlin Keanu Reeves dahin, wo er hin muss. Fand ich aber lustig, dass sie den da involviert haben, auf jeden Fall. Sie haben ganz viele Gags, also generell gibt es da Stuntcasting sowieso, muss man sagen, was so ein paar bekannte Schauspieler angeht. Ähm, Clancy Brown, den kennt viele auch, der spielt hier so einen, ja, Vorboten von diesem Hohen Gericht, der dann am Ende auch über so ein Duell wacht. Mhm. Und, ja, auch die, was ich, was mich selber angedrückt hat, war diese Szene in Osaka. Ähm, fantastisch, wirklich, sie führen dort ein. Das ist noch weiter am Anfang des Films, genau. Genau, es gibt da so einen Charakter, Koji, der anscheinend ein Verbündeter ist, der leitet das Continental von Osaka. Ich fand, der wirkte wie so ein japanischer Vertrauenslehrer mit seinem Pferdeschwanz und seiner quadratischen Brille. Sanada, den kennen auf jeden Fall viele, der ist auch relativ bekannter Schauspieler, ja. Aber noch bekannter ist, dort wird dann nämlich im selben Atemzug eine Art John Wick aus Asien eingeführt. Nämlich Kane, gespielt von... Eine weibliche? Nee, ein männlicher. Achso. Kane, diese Figur ist neu und nämlich wird gespielt von keinem geringeren als Don Yen. Don Yen ist so ein, also einer der größten Martial-Art-Stars, der die Ip-Man-Reihe oder Ip-Man-Reihe gespielt hat. Ähm, und auch viele andere Sachen. Also Don Yen ist wirklich sehr bekannt unter Genre-Fans, unter Martial-Art-Fans. Und diese Idee, ich fand es fantastisch, diese Idee, einen blinden Auftragsmörder, blinden Attentäter einzubauen und wie der kämpft, obwohl er blind ist, fände ich genial. Also das verrate ich jetzt nicht, aber es ist fantastisch auch. Toll choreografierte Sachen. Und der ist eigentlich wie der, ja, asiatische John Wick so ein bisschen wird da eingeführt. Er wird nämlich auch ähnlich reingezogen in diese Story wie John. Und sie unterhalten sich auch und bezeichnen sich ja gegenseitig als Freunde, obwohl sie dann aufeinander angesetzt sind. Also man merkt, sie haben eine Backstory. Ja, er ist schon sein Gegenschirm, also wie eine andere Version, ne? Ja, er ist hier eben auch viel angesetzt, aber du siehst, wie sie sich respektieren. Eigentlich ja eine tiefe Freundschaft. Die sagen ja sogar Bruder zueinander, Brother. So, also die kennen sich wirklich und eigentlich hätte er das wohl nie gemacht, wenn er nichts dazu gezwungen wäre, genau wie John Wick im ersten Teil. Ja. Und ich finde das fantastisch, dass so jeder, der Eastern mag, der Hongkong-Action-Kino mag und ein bisschen Martial-Arts-Filme schon gesehen hat, wird diese Szene in Osaka, diese ganzen Szenen lieben. Weil das so toll inszeniert ist und eine riesige Hommage oder Reminiscenz an Eastern und das Hongkong-Action-Kino sind. Das ist so toll gefilmt und choreografiert. Ich fand's mega gut. Da meintest du bei einer Szene, die in einem alten Gebäude in Paris spielt. Paris? Das ist sogar... Nee, in Osaka meinst du, wenn dann... War das in Osaka? War das nicht in Paris? Eine Szene, eine Action-Szene, wo man eine Draufsicht auf dem Gebäude hat. Ach so, das kam später, genau. Das war in Paris später, genau. Wo du meintest, das sei aber eine Hommage an ein asiatisches Spiel? Nee, ein amerikanisches Spiel. Aber das Spiel heißt Hongkong Massacre. Ist erst vor ein paar Jahren erschienen. Ich glaub so drei, vier Jahre alt. Und es ist halt so auch eben, wie rum dieses Spiel, auch von John Woo inspiriert. Und auch rumgeballert in Zeitlupe und du schießt und du hast aber halt diese Draufsicht. Du steuerst es von oben. Das war ganz witzig, weil du meintest im Kino zu mir, ah, das ist eine Anspielung auf ein Spiel. Und ich meinte so, Cluedo? Weil Cluedo sieht man ja auch den Rundriss von oben. Also es war gar nicht so dumm, aber du meintest halt nicht Cluedo. Du meintest halt ein Computerspiel, also das, wo dann auch die Kampf-Szenen natürlich so gepasst haben, was jetzt, ja. Weil es war exakt so inszeniert. Hongkong Massacre, ich werd mal in die Shownotes ein Video von dem Teaser, der eine Minute geht, auf YouTube packen. Dann kann man das sehen, was ich meine. Weil, wie das inszeniert ist mit den Kugeln und wie dort geschossen wird und die Kämpfe, diese Draufsicht. Und es ist eins zu eins wirklich diese Passage kurz. Dass man halt den Rundriss eines Gebäudes von oben sieht und dann eben die Kämpfe von oben auch beobachten kann. Das sah auf jeden Fall cool aus. Ich hätte das jetzt natürlich nicht erkannt als Anspielung auf ein Computerspiel, aber es sah schon fancy aus. Ich hatte gelesen, dass es eine Anspielung auf Hongkong Massacre geben würde. Deswegen, ich hab's gefeiert, als es dann kam, dachte, ach geil, haben sie echt gut gemacht. Weil ich hatte es auch schon wieder vergessen. Und dann dachte ich, ach, Mensch, geil. Und richtig cool. Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, war der Bösewicht, verkörpert von Bill Skarsgård, der wirklich 1A angezogen ist. Sehr, sehr teuer, sehr schick und einfach sehr, sehr bösewichtig agiert. Also, das ganze arrogante Gehabe und dann die Manieren, die feinen und dabei aber diese Arschlochhaftigkeit und dass man nicht besonders sympathisch rüberkommt. Und das hat er schon sehr gut gespielt und sich auch dabei Zeit gelassen, das auszukosten. Sehr süffisant hat das gespielt. Ja, ja. Und man muss ja sagen, sie nehmen es beim Casting nicht so genau, was die Nationalitäten angeht, weil Michael Nyquist, der leider schon verstorben ist, im ersten Teil hat ja nicht umsonst, der ist, was ist das, schwedischer Schauspieler, dänischer Schauspieler, auf jeden Fall hat er ja den Boss der Russen-Mafia gespielt. Und hier hast du Bill Skarsgård, der aber die ganze Zeit mit einem gefakten französischen Akzent spielt, weil er ist ja Marquis Vincent de Gramont. Marquis, ja, der Marquis. Genau, es war, glaube ich, der Großteil immer nur von dem Marquis die Rede. Ja, ja, ja. Und auch, wie sie ihm dann zeigen, wie er seine Freizeit verbringt, wenn er dann eingeblendet wird und einfach nur ein Telefonat führt oder so. Aber dann hat er halt mal einen riesigen, wunderschönen Opernsaal für sich alleine. Palast. Offensichtlich für sich alleine halt mal für einen Abend gemietet, wo dann eine Tänzerin sich abstrampeln darf, damit er bei seinem Tee oder Whisky da ganz alleine das Opernhaus halt für sich hat. Also das waren dann auch so Kleinigkeiten, die dann nochmal geholfen haben, diesen Charakter so zu hast. Dieser Palastsaal, wo er da irgendwie auch ergeht hat, der sah aus, ich dachte, haben die das in Versailles gedreht oder wo zum Geier? Stimmt, das war wieder eine andere Szene. Weil das war so prunkvoll. Ja, das sah wirklich aus wie Versailles. Also, würde einen nicht wundern, wie gesagt, sie haben halt auch Berlin Museumsinsel gedreht und solche Sachen und staffieren das dann anders aus. Wo da kein Club drin ist. Ja, schade. Ja. Und in Rom, glaube ich, du kommst auch nicht dort so sehr ins Kolosseum und die Ruinen rein und hast dort eine riesige kulturelle Veranstaltung mit Konzert. Das ist leider, glaube ich, in echt auch nicht so, wo dann die Mafia, die römische Mafia da irgendwie, ich glaube nicht, dass das so in echt so ist. Wahrscheinlich ist wenig, was uns da gezeigt wird. Aber es ist toll. Es ist toll inszeniert. Es macht Spaß zuzugucken. Auf jeden Fall ist das ein Teil davon, der dafür sorgt, das sind halt diese grandiosen Drehorte. Und um wieder zurück zu den Schauspielern zu kommen, die nächste Rolle, die mir sehr gut gefallen hat, die mit diesem Film eingeführt wurde, war ein sogenannter Mr. Nobody, nennt er sich selber. Oder anscheinend wird auch erwähnt, der Name Tracker. Ich glaube, das heißt nur, weil der wahrscheinlich Tracker, weil er auf der Spur ist. Und weil er die ganze Zeit mit so einem Scharfschützengewehr und das sieht so aus wie so Survival-Klamotten, die er anhat. Das wirkt die ganze Zeit so, als käme er gerade vom Camping aus. Ja, er hat halt wirklich so einen Rucksack auf und er hat einen Hund dabei. Der Hund wiederum könnte ein Link sein. Zum dritten Film. Zum dritten Film, wo Halle Berry zwei dieser Hunde hat, also dieser Hunde Rasse. Er hat auch diese Art Hund dabei, ich habe versucht, das rauszufinden, ist mir nicht gelungen. Genau, er hat einen Hund, der aufs Wort hört und bei ihm anfangs noch sehr kuschelig eingeführt wird. Der Hund kann aber auch ganz anders und er hört wirklich sehr gut aufs Wort. Also diese Rolle hat mir sehr gut gefallen, auch dass er mit seinem Rucksack unterwegs ist und dass er auch, ja, da will ich jetzt nicht spoilern, aber er ist eben auch, er wirkt sehr auf Augenhöhe mit John Wick. Ja. Ähnlich wie Kane. Wir werden ja auch gleich sagen, welche Spin-Offs aktuell alle in der Mache sind oder gerade diskutiert werden und ich glaube, er ist auch ein Teil davon. Ja. Andere Figuren, die auch noch Martial-Arts-Fans auf jeden Fall zu schätzen wissen und mich hat sie hier erinnert stark an den Pinguin, gespielt von Colin Farrell mit einer absurden Maske und Fatsuit in The Batman, den man dort nicht als Colin Farrell erkannt hat. Ja. Und eigentlich war es hier dasselbe, weil ich dachte so, den kennst du doch, weißt du das, das ist doch ein bekannter Martial-Arts-Darsteller, weißt du das, das ist Scott Adkins. Und dann war das Scott Adkins in Berlin als Killer Harkan, ich weiß nicht, ob türkischstämmig sollte das vielleicht sein, Harkan, klingt ja erstmal so. So, ne, vielleicht. Jedenfalls anscheinend Betreiber von diesem Club, der auf der Museumsinsel ist in Berlin und der einen absurd goldene Zähne als Gebiss und auch Fatsuit und sowas hat und wie gesagt, wer den kennt, Scott Adkins, der ist so in der Tradition von Chuck Norris, einer der bekanntesten amerikanischen Martial-Arts-Darsteller und hat ähnlich großes Action-Kilo gemacht. Der gehört halt auch für mich selbst überniet zu, das so zu spielen, diese Rolle. Der ist, weil der ist einer, ja, wie gesagt, es gibt für den auch eben viele trashige Martial-Arts, aber wie gesagt, für Fans von Martial-Arts und Action-Filmen, die werden, der Name Scott Adkins wird denen was sagen. Und dann denkst du so, was für eine geile Rolle, hier so einen Typen einzubauen, der es aber auch in sich hat. Weil dann saßt du nämlich, obwohl er in diesem Fatsuit war, der auch austeilen konnte. Und da saßt du dann schon, dass der natürlich im Wahrheit trainiert ist, ne? Ja, an dem Punkt, wo du mir das dann erzählt hattest, dass das ein Martial-Arts-Typ ist, war natürlich klar, dass der dann nochmal sein Können zeigt, weil sonst brauchen sie ihn nicht in dieses Suit packen, ne? Aber ja, doch, hat man dann gesehen und dann auch spektakulär, äh, gestorben. Spektakulär gestorben. Wie fast alle Rollen John Wick, die sterben, ne? Wenn die Ordern gehen, ja. Genau. Ja, man muss auch sagen, witzigerweise gab's so jetzt auch im Internet die Meldung, während des Drehs von hier Kapitel 4 hat Keanu Reeves an seine Stunt-Leute, das werden ja nicht hunderte gewesen sein, aber es gab hunderte Gegner und dafür dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Stunt-Leute und diese Stunt-Crew, den hatte er regelmäßig jeden Tag oder wenn sie zu tun hatten am Set, neue T-Shirts bedruckt gegeben, wo ihre Nummer drauf stand, wie oft sie jetzt schon gestorben sind. Das fand ich auch sehr geil, diese Idee und ja, finde ich, ja, fantastisch. Also generell muss man sagen, wieder toll inszeniert, am Ende ist es eben in Paris Sacre Coeur auch absurd, diese Szene, wie er dann versuchen muss, fast am Ende seiner Kräfte die Treppen zum Sacre Coeur hochzukommen, die nämlich angeblich 222 Treppenstufen sein sollen. Ja, das wird dann auch so sein, das glaube ich schon. Also da werden sie schon akkurat das erzählt haben. Auch das ist wie so ein Videospiel, von der Seite random immer neue Gegner auftauchen. Ja, also man darf halt die ganze Serie, die ganze Filmreihe nicht so ernst nehmen, ich bin jetzt niemand, der groß Action oft guckt oder sich groß darauf freut oder diese Reihen, da bin ich halt ziemlich unbewandert drin, aber trotzdem, wenn man sich darauf einlässt, ist das halt qualitativ sehr hochwertig mit diesen tollen Drehorten, es macht schon Spaß zu gucken, muss ich sagen. Tolle Drehorte, tolle Darsteller, muss man sagen, genial choreografierte Action-Szenen und Reminiscenzen an Hongkong-Kino, Eastern, aber auch eben an Western-mäßig, diese Duell-Szene und so. Ja, und das ist eben auch, das fand ich eben, macht daran auch Spaß, dass es halt selbstironisch ist, es ist selbstironisch, dass sie dann so Western-Melodien kurz nur andeuten oder dass so wenig geredet wird und das, was geredet wird, ist natürlich, sind dann auch die coolsten Sätze ganz, nur das Nötigste wird gesprochen und das ist aber alles mit so einer Selbstironie, Selbstironie, also die haben jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwas anderes darzustellen. Was man auch sagen, kurz noch, von dieser Gilde der Auftragskiller, diese Telefonfräulein, das hatten wir ja schon erwähnt, was auch zeigt, diese Serie nimmt auch nicht ernst, dass man, das muss einem klar sein, dass das alles natürlich nur absurd ist, weil diese Telefonfräulein in Paris, sind sie untergebracht, angeblich auf einer Stufe des Eiffelturms. Ja, auf so einer Zwischenebene. Wo sie dann angeblich auch eine, dort so eine Art Radiomoderatorin ist, die dann von dort aus senden in Paris und einem Radiosender den aktuellen Stand, wo sich denn jetzt John Wick befindet, ne? Und das neueste Kopfgeld durchgeben. Und man erfährt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das hier in der Liste steht, aber man erfährt gar nicht, welche Darstellerin es ist. Da siehst du eine schwarze Darstellerin, du siehst immer nur ihren Mund, wenn sie redet und wie sie moderiert. Ihre weißen Zähne, die vollen Lücken und das Nasenpirschen. Und dann spielt sie wieder einen neuen Song an, erzählt wieder dazu was und wo jetzt gerade John Wick gesichtet wurde in Paris und so weiter. Und du weißt aber nicht, es wird auch nicht komplett gezeigt. Du siehst nur ihren Mund, das ganze Film. Man weiß nicht, wer das ist. Vielleicht wird es nochmal eine Bedeutung haben. Aber die hatte eine sehr markante Stimme und ich dachte, vielleicht ist das irgendeine bekannte schwarze Sängerin oder so, weil die da wegen moderieren oder so. Ich dachte auf jeden Fall, das wirkt wieder wie so ein Gag, dass das in Wirklichkeit jemand Bekanntes ist und sie es nur nicht gezeigt haben. Ja, also man muss sagen, Sitzfleisch braucht er, 169 Minuten geht der vierte Teil, ist der mit der längste der Reihe. Ich muss aber sagen, nach dem ersten, der halt diese Einfachheit noch hat, der deutlich kürzer ist und noch nicht diese komplett absurde Welt hat, muss ich sagen, ist der vierte jetzt, obwohl er so lang ist, für mich der kurzweiligste tatsächlich. Also ich muss sagen, durch den dritten habe ich mich manchmal länger gequält, dass ich dachte, puh, jetzt könnte aber ruhig langsamer Schluss sein. Weißt du, diese Szene, wo er da mit diesen anderen Asiaten da so ewig noch in diesem Glaspalast in New York kämpft, weißt du? Ja. Da dachte ich zum Beispiel, puh, ja, das hätten sie jetzt auch mal ein bisschen straffen können oder so. Sodass man beim dritten dachte, du hattest auch gemerkt, als wir den hier geguckt haben, auf den Beamer, du wurdest langsam so ein bisschen ungeduldig auch. Also ich glaube, der dritte hat dann, obwohl er kürzer ist, mehr Längen und ich fand jetzt den vierten, der ist zwar sehr lang, aber auch sehr abwechslungsreich und kurzweilig so. Auf jeden Fall, total, ja. Deswegen, ja. Also es ist wirklich gutes Popcorn-Unterhalt und macht Spaß, sich das reinzuziehen, aber das Fleisch braucht man trotzdem. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Wer sagt, er wird nach 90 Minuten hibbelig und nach zwei Stunden kann er es eh nicht ertragen oder weil er so eine Blase hat, dann ist der Film jetzt nichts oder zumindest nichts für euch im Kino, dann schaut ihn euch im Stream irgendwann an oder so. Aber generell. Oder über dem Beamer halt, würde ich schon empfehlen, genau. Ja, auf jeden Fall trotzdem beeindruckend gefilmt, toll gemacht. Was wir auf jeden Fall aber noch gelesen hatten kurz, das war irgendwie im Abspann sah man, oh, co-produziert von Studio Babelsberg. Ja. Und ich glaube, weil das fiel bei so ein paar Szenen am Ende, diese Duell-Szene vor Sacre Coeur, da sahst du diese tolle Kulisse und sahst aber die Kontur von Clancy Brown fügt sich nicht komplett mit dem Hintergrund ein. Und das erinnert mich so ein bisschen an 1899 oder auch an The Mandalorian mit dem Volumen und nämlich Studio Babelsberg hat ja vor ein paar Jahren, als sie 1899 angefangen haben zu drehen, genau, haben sie extra von Netflix mit gesponsert, haben sie eingebaut, dieses Stage-Craft-Ding, wo du halt, wie bei Mandalorian auch bei George Lucas, Star Wars, dass du da im Set agieren kannst. Also quasi nicht wie ein normaler Greenscreen, sondern die Schauspieler sehen diese Welt schon hinter sich und können dann aktiv, interaktiv darauf reagieren. Das ist ganz abgefahren, man kann sich da auf YouTube Videos zu angucken, auf dem Kanal von Studio Babelsberg, wie diese Bühne gebaut wurde. Das muss ein Heidenschotter gekostet haben. Also da hat Netflix auch richtig viel Geld zu geben. Aber das ist jetzt Spekulation, du weißt nicht, ob das da gedreht wurde. Das geht von aus. Ja, vielleicht auch, aber vielleicht waren es. Also es hat den Produktionsstand aus Babelsberg auf jeden Fall aufgewertet, ne? Ja gut, aber dann würde doch Effi eher dazu passen, dass die halt die Szenen, die auch in Berlin spielen, dass die halt von Babelsberg gemacht wurden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Szene. Ja, klar. Also ich glaube schon, dass da nur die Außenaufnahmen auf der Museumsinsel waren und nicht die inneren. Ja klar, natürlich, aber ich glaube, diese Szene Sacré-Cœur, das wirkte wie in diesem Volume, in diesem Stage-Ding gedreht. Und ich glaube, du sagst auch im Abspann so viele deutsche Namen dann natürlich von Studio Babelsberg. Ich gehe davon aus, dass da ein Großteil ist dann nicht wirklich in den Straßen von Paris entstanden, sondern die werden nicht vor Sacré-Cœur so gedreht haben. Ich kann mir auch vorstellen, weil das ist ja noch während Corona entstanden. In der ganzen Welt konnte kaum gedreht werden. Wo konnte gedreht werden? Wo haben viele gedreht? Auch Uncharted hat New York gefakt in Berlin, wurde gedreht in Berlin. Und gerade, wenn man das hier so sieht, könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach einen Großteil hier gedreht haben. Ja. Naja. Kann das sein. Aber toller Film kann man nur empfehlen, auf jeden Fall. Wer Action mag, auf jeden Fall. Ja. Wer sagt, er kann gar nichts mit Action und Ballereien anfangen, der ist... Ich glaube, wer Action mag, der lässt sich das auch nicht entgehen, weil das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, als Nichtkenner neben Mission Impossible und Born, die Action-Reihe mittlerweile schlecht drin. Genau, jetzt wollten wir noch ganz kurz... Über die Spin-Offs reden, die jetzt so geplant sind. Vielleicht zeigst du mir mal, wo wir zeitlich sind. Das ist doch egal. Nee, das möchte ich aber mal gerade wissen. Passt doch. Genau. Okay. War nicht irgendwo hier das Ding mit Spin-Offs? Das war hier in dem Artikel, glaube ich. Also, ich hatte jetzt ein kurzes YouTube-Video noch gesehen über zwei mögliche... Oder was heißt mögliche? Über zwei Spin-Offs, die auf jeden Fall gemacht werden. Das eine heißt The Continental, wird vom Peacock gemacht. Da gab es wohl zwischendurch irgendwelche Quereien. Weil das ursprünglich von einem anderen Streaming-Dienst gemacht werden sollte oder von einem anderen Sender... Es ist weiterhin Lionsgate. Ja. Und Lionsgate, die hatten einen eigenen Streaming-Dienst, nämlich Stars. Genau. Oder beziehungsweise Stars waren Streaming-Dienste in Europa und das war auch deren Pay-TV-Sender. Und der ist jetzt komplett... hat sich der auch hier in Deutschland auch zurückgezogen. Wie hieß kurz noch Lionsgate Plus als Rebranding und wurde dann wieder rückabgewickelt. Und ursprünglich sollte das schon Januar 2018, sollte für Stars diese Serie The Continental entwickelt werden, die in der Welt von John Wick spielt, ne, mit den Hotels. Genau. Es geht eben um die Welt dieses Hotels und was wir eben am Anfang der Folge erwähnt mit den Münzen, die dann schon verraten, dass man eben zu dieser Gilde der Auftragskiller gehört. Und, ähm, es spielt eben in der John Wick-Welt und, ähm, in den verschiedenen Hotels. Genau. Es geht eben um die Hotelkette. Ja. Und, ähm, die Figur John Wick selber taucht zwar nicht auf, aber bestimmt wird über sie geredet. Ja, oder soll vielleicht... Es hieß am Anfang, John Wick würde mitspielen, vielleicht am Ende, weil es geht ja hier in den 70ern los, ne? Ja, aber vielleicht eher so als Cameo, als Gag, ähm, genau, also... Bei den 70ern muss John Wick ja ein Teenager gewesen sein. Ja, was auf jeden Fall, ähm, was ich in dem Video auf jeden Fall gehört habe, ist, dass eben der Chef dieser Hotelkette, wie hieß jetzt nochmal der Darsteller? Winston, genau. Heißt die Rolle, ja. Heißt die Rolle. Winston wird eben in der Jugend eine große Rolle spielen. Der wurde auch sehr, jetzt müssten wir nochmal das später einfügen als Disclaimer, wer Winston spielt als Jüngerer. Der junge Winston wird in der The Continental-Serie gespielt werden von Colin Woodall. Weil die hatten das in diesem YouTube-Video nebeneinander gezeigt. Oh, okay. Den, den jungen Schauspieler, der Winston spielt und eben den Winston, wie wir ihn aus John Wick kennen. Und das war schon eine große Ähnlichkeit, fand ich. Okay. Genau. Der Colin Woodall, der hier als erstes genannt ist. Genau. Also der... Interessant finde ich, in diesem Teaser, den man jetzt sah, der eine Minute geht. Ja. Du siehst nicht, dass der bekannteste, der dort mitspielen soll in der Serie, Mel Gibson, wird nicht gezeigt und auch nicht erwähnt. Ja. Interessant. Aber vielleicht ist es auch nur so eine Cameo. Ja, ja. Genau. Also auf jeden Fall sind es drei... Es ist eine Miniserie von drei Teilen an 90 Minuten, Continental. Also quasi wie drei Filme eigentlich komplett. Also drei Teile an 90 Minuten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht eben die erste und die dritte dieser langen Episoden eher um den jungen Winston. Okay. Die zweite um den jungen Concierge namens Dennis Reddick, der leider verstorben ist. Also der Schauspieler ist vor kurzem gestorben. Der Schauspieler ist verstorben und der John Wick 4, wo er als Concierge auftauchte, war seine letzte oder eine seiner letzten Rollen. Die andere letzte Rolle war in diesem Spin-Off, wo er, glaube ich, dann in der zweiten Episode wurde auf ihn als Jüngeren eingegangen wird. Okay, interessant. Jedenfalls Lance Reddick, der ist... Ja, sie haben das dem Film auch gewidmet, ne? Also am Anfang wurde, bevor der Film losging, stand In Loving Memory of Lance Reddick. Genau. Das ist dieses Spin-Off, The Continental. Und dann gibt es ein weiteres Spin-Off mit Anna de Amas in der Hauptrolle namens Ballerina. Genau. Das ist etwas, was im dritten Teil auftaucht. Und eine Akademie, zu der John Wick offensichtlich noch Verbindungen von früher hat und wo eben nicht nur... Also es kommt so ein bisschen rüber, so von wegen, die Männer werden da hauptsächlich an die Waffen rangeführt, wie so ein Internat für Auftragsmörder. Genau, sozusagen. Und die weiblichen Waisen oder was die sind, die werden als Ballerinas ausgebildet. Aber vielleicht auch nur zur Tarnung. Eben, genau, als Tarnung, ja. Und das spielt dann eben in dieser Welt oder da wird eben diese Akademie gezeigt, Ballerina. Ja, oder nicht die Akademie. Darüber weiß man aber noch nicht so viel. Man weiß, er soll nächstes, sie haben es jetzt schon bekannt gegeben, im nächsten Jahr schon starten im Kino, ist also schon auch gedreht. Und ja, Anna De Maas, es soll auch angeblich Keanu Reeves selber auch auftauchen. Wahrscheinlich in einer Art Rückblick, vermute ich. Mich hat ein bisschen gewundert, dass sie diese Figur nicht jetzt schon eingeführt haben, weil sie das so als das größte Spin-Off ist, das sie jetzt schon angeteasert haben. Hätte man erwarten können. Ja, dass sie irgendwie, und wenn es nur kurz ist, dass sie sie zeigen. Genau, aber... Oder diese Akademie nochmal zeigen. Ja, aber haben sie überhaupt nicht vorbereitet? Oder es war vielleicht in irgendeinem Cut drin, als der Film noch über drei Stunden ging und da haben sie gesagt, nee, schmeiß mal raus. Ja, sie haben ja noch eine andere entscheidende Szene, wie wir erfahren haben, rausgeschnitten, dass eine Rolle sterben sollte, wo sie es jetzt eben diese Szene, diese entscheidende rausgeschnitten haben, um sich eben Optionen offen zu halten, bestimmte Figuren eben noch. Jetzt, wo das Franchise halt definitiv immer oder noch größere Bahnen sieht und noch weitererzählt wird, ist es halt wahrscheinlich einfach schlauer sich alle Optionen und alle möglichen Nachfolgecharaktere oder Charaktere, auf die man nochmal viel näher eingehen kann im Laufe der ganzen Prequels, Sequels... Na, Prequels vor allem dann. Wie ein Cinematic Universe, wie ein John Wick Cinematic Universe ist das jetzt langsam schon. Ja. Und ja, also es gibt eben gerade jetzt in diesem neuen Teil auch mehrere Figuren, die ja wirklich das Potenzial auch eindeutig haben, in einem Spin-Off-Film aufzutreten oder gerade eine eigene Reihe kriegen zu können, wenn es Erfolg hat. Äh, so definitiv dieser Nobody, der da jetzt eingeführt wurde, der junge schwarze Schauspieler. Dann, äh, Donnie Jens' Charakter, total faszinierend, der blinde Auftragsmörder. Den hatten wir aber jetzt schon namentlich genannt, den Mr. Nobody, oder? Kannst du sonst bitte nochmal zurückgehen? Den Schauspieler? Den müssen wir auf jeden Fall nennen. Meinst du den Schauspieler? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob wir den Schauspieler erwähnt haben. Shamir Anderson. Ja, auch ganz toll. Super sympathisch auch gespielt. Ja, total. Ja. Ähm, wie gesagt, Donnie Jens' Rolle hat Potenzial für ein Spin-Off. Dann habe ich gelesen, hat auch Hailey Berry schon aktiv aus dem dritten Teil geäußert, dass sie auch Interesse hätte, falls sie Bedarf hätten, ein Spin-Off mit ihr zu machen. Ja, ich glaube, da hat nämlich Shamir Anderson auch in dem, als er gefragt wurde, in dem Interview was angedeutet, dass das nicht auszuschließen sei. Ja. Weil es wird diese Connection auch schon gegeben zu Halle Berrys Rolle aus Teil 3 durch eben diese Hunderasse, dass den Hund, den er bei sich führt, könnte einer, sie hat diesen Hund in zweifacher Ausführung, zwei Hunde dieser Rasse in Teil 3, die ähnlich auch trainiert sind. Ja. Und er hat eben diesen, von derselben Rasse eine Hündin dabei im Teil 4, könnte natürlich sein, dass es dann eine Connection gibt oder dass es sogar einer ihrer Hunde ist. Ja, wer weiß. Und er, sie sittet, ihr Sohn ist, wie auch immer. Genau, ihr jüngerer Bruder vielleicht oder so, das könnte auf jeden Fall sein. Also, ja und ich finde das. Ja, Sohn kommt nicht hin. Nee, aber jünger Bruder könnte schon sein. Ja, Cousin, was will ich. Oder so. Auf jeden Fall hat das alles Potenzial und klingt nach einer interessanten Welt. Und Chad, wie heißt er, Stahelski, der hat auch geäußert, Regisseur und Produzent, dass er, okay, Kiano ist natürlich auch Mitproduzent, aber er hat geäußert schon, irgendwie gab es jetzt eine Liste mit was für Leuten er gerne am liebsten auch für weitere Spin-Offs oder in weiteren Filmen zusammenarbeiten würde. Auch eine Bekannte, Liste von bekannten Schauspielern so. Also, womit er natürlich auch schon nach außen hin signalisiert, Leute, wenn ihr Interesse habt, meldet sich mal bei euch oder meldet sich bei eurem Linescape, bei unserem Studio und weil wir haben da einiges in der Mache und in der Planung, wer Interesse hat. Ja. Weil, ja, anscheinend, siehe Mission Impossible, siehe James Bond, da kann ja ein langlebiges Franchise draus werden, was, siehe James Bond, auch vielleicht Jahrzehnte über dauern kann, das weiß man nicht. Also, finde ich faszinierend. Ja, muss man erst mal schaffen, an James Bond ranzukommen, was das angeht und an den Kultfaktor und die Langlebigkeit, aber wer weiß. Mal sehen. Kann passieren. Ja. Ja, ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel drauf, oder? Machen wir einen Deckel drauf, ja. Wir haben es jetzt, ach, hier steht das Gebäude. Das Beaver Building in New York dient als Kulisse für das Kontinente. Okay. Beaver Building. Ja, wir können ja vielleicht ein Foto auf Insta posten oder auf Twitter. Wall Street Court, also an der Wall Street ist das wohl irgendwo in der Nähe. Ja, ganz bekannt. Ich glaube, vom Sehen her kennt ihr das Beaver Building, alle. Genau, Deckel ist drauf. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ja. Schickt uns gerne Feedback und Anregungen, Fragen, was auch immer, Wünsche, auf Twitter, auf Instagram und auch gerne direkt auf Spotify über die entsprechende Funktion. Und gerne abonnieren und bewerten den Podcast. Vor allem abonnieren und bewerten. Weil es uns hilft, dem Podcast, der mehr entdeckt wird beim Alkohol. Genau. Folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht, genau. Wir sind überall vertreten und jetzt schicken wir euch ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann sehe ich hier, dass ich hier gut vorher reinhöre. Okay. Ja, genau. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW. Die besten Podcasts der Welt.